Spiel schon wieder eröffnet, Güntner zentral. Bestweg wieder mit gegen Giesewend, aber Ewen kommt von hinten nicht dran, Platz für Bestweg unter den Korb zu ziehen. Aber Wurf geht nicht rein, hätte auch nicht gezählt, früher angezeigt von den Schiedsrichtern. Da das Foulspiel gegen Marvin Malzi. Spiel schon wieder eröffnet, Güntner zentral, mit Bestweg wieder mit gegen Giesewend, aber Ewen kommt von hinten nicht dran. Platz für Bestweg unter den Korb zu ziehen, aber Wurf geht nicht rein, hätte auch nicht gezählt, früher angezeigt von den Schiedsrichtern. Da das Foulspiel gegen Marvin Malzi.